Na ja, irgendwann sausen wir da durch. So, was wollte ich machen? Ich hab mich da vergessen. Hm, brauchen wir auf jeden Fall Eisen. Brauchen wir was zu essen. Ist uns schwindlig vor Augen geworden eben, bis dann. Kann das sein, wenn wir nix essen. Wie sieht's da drin aus? Wow. Wow. Weißt du was? Machen wir das so. Machen wir das einfach so. Zack, da, kannst du haben. Kann ich das hier nämlich so machen. Timm die Kuh weg. Einer findet natürlich noch. Schupp. Schupp. Und hier kannst du ruhig rumgedroppt liegen. Das ist nicht schlimm. Aha. Auch viel zu wenig verteilt hier rum. Hui, ab ins Bett. So. Okay. Wir brauchen unbedingt Sushi, ne? Also, Fisch meine ich. Und Wasserkapsen. Was kann man damit machen? Ich hab keine Ahnung. Man kann die reinnehmen da, aber passiert nix. Hm. Brauchen wir wahrscheinlich für irgendwas, ne? Äh, was brauchen wir denn noch dafür? Was ist das? Okay. Ernten ist das. Naja. Heute zum Fäden. Dafür brauchen wir noch ein paar Fäden. So, jetzt will ich jetzt mal was anderes gucken. Einmal. Ziegel. Na klar. Dafür brauchen wir erstmal Sand. Guck mal, wir kommen Sand noch ab. Naja. Was soll's? Oh. Eigentlich könnten wir einen ja hier hin bauen, ne? Dass er es auch automatisch abbaut. Ziegel. Na klar. Dann schmeißen wir gleich mal Sand ein für Ziegel. Zack. Dann machen wir mal so. Ziegel. Maximal, würde ich sagen. Ist nicht viel, aber besser als gar nix. Besser als gar nix. Äh, Sushi. Dann haben wir ja immer noch kein Fisch rausbekommen. Na super. So. Dann würde ich den nämlich hier einmal hinbauen. Zack, zack. Und machen wir so. Hallo. Ich bin erstmal geklaut wieder. Und weg war die. Weg war sie. Hm, hm. Ich meine nochmal ein bisschen gehandelt, weil... War schon. So. Dann stellen wir nochmal ein paar Ziegel leer. Oder haben wir ja schon. Ähm... Dann zeig mal. Sammeln. Na klar. Werden da noch welche. Wer hätte denn das gedacht? Welche würde ich das machen? Okay. Okay. Warum kriege ich hier nur so einen Müll raus? Das kann für's Berwässern sein, glaube ich, ne? Das waren die dann reinbauen. Ähm... Das würde sich wahrscheinlich lohnen. Aber Tränke würden sich wahrscheinlich noch mehr lohnen. Ach. Okay. Speed Up Craft. Hä? Wann geht das denn? Schon länger? Oder habe ich's einfach nur nicht... Gewusst mehr? Naja, wir brauchen Eisen, ne? Wie viel können wir herstellen? Zwölf Stück. Naja. Besser als gar nix. Gar nix. So. Mal schlafen. Gut, dass wir beim... Wenn wir voll ausgeschlafen sind. Dass wir kein Essen mal weiter verbrauchen. Das ist sehr gut. Wir haben nix mehr zu essen. Nice. Wird's ein Stück. Naja. Egal. Was ist das? Der Mögliche ist, hier besseres Essen zu kochen. Okay. Zack. Na schön. Mögliche ist mir ein besseres Essen zu kochen. Dafür müssen wir den wahrscheinlich jetzt mal bauen, ne? Hm. Ist der hierbei? Ein Kochtopf. Okay, das wird hier miteinander verbunden. Alles klar. Verstehe. Make a synergy. Spiegeleier. Und Kekse. Wie kriegen wir jetzt Eier? Wie kriegen wir die Eier? Baby durch Hühner, ne? Da haben wir zwei. Tatchel, Tatchel, Tatchel. Pette schicken. Okay. Klar, warum auch nicht? Warum auch nicht? Äh. Machen wir das einfach mal. Fischgräten. Ich frage mich. Oh, guck mal, Fisch. Was haben die nochmal gekostet? Die hast du da vergessen. Äh. Sag mal, wir haben noch Truhen, ne? Lagerung. Muss die wahrscheinlich auch noch was bauen. Äh. Lass mich hier einmal was gucken. Lagerung. Ah, kennen wir noch gar nicht. Alles klar. Da wollte ich ran. Ähm. Dekoration. Ich würde das mal das hier machen. Bup, 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 bup. Fuck. Was haben wir hier? Insel kehren. Rezept. Wenn aktiv wird, die aktuelle Insel nicht deaktiviert. Wenn du sie verlässt. Du kannst nur eine passive Insel haben. Bup, 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 bup. Und das ist Markt. Dauschte eine Gegenstände gegen Credits. Boah, klar, warum nicht? Zuck. Warum auch nicht? Ähm. Essen. Warum haben wir das Brot eigentlich unten an der Leiste noch wussten? Was ist das überhaupt? Anlegen und die Angrote bindet das Fisch. Bindet 40% länger, um zu entkommen. Okay. Lassen kann ich es wahrscheinlich auch, oder? Hm? Was war der Effekt? Das sehe ich leider so nicht mehr, aber ja. Aber ja, ja, ja. So. Dann müssen wir mal gucken, was wir noch so tun können. Ich wollte einen Beanstalk übrigens bauen, ne? Ich wollte einen Beanstalk bauen. Ups. Das war der falsche Knopf. Natürlich. Mit diesem Mist, der im Weg rumliegt. Naja, hoffentlich bringt das was. Maximale Anzahl in Kreaturen, 13 Stück auf der Insel. Okay. Weg damit. Mit warum auch immer. Äh. Wie die ins denn wieder spawnen? Wo sind die denn? Hier drüben. Weißt du was? Sehr chill. Und tschüss. Sehr chill. Und tschüss. Hallo. Steckst dich in den Baum einfach. Tschüss. Junge, Junge. Maximale Anzahl nur. Was soll denn das? Man will mich doch verarschen. So. Okay. Habe ich sie hier einfach mal freigelassen. Haha. Okay, verstehe. Es produziert. Ich weiß nicht, ob das durch die Bienen jetzt passiert. Oder dass es vorher auch schon ging. Naja, was soll's. Einfach machen. Einfach ausprobieren. Wie sieht's da mit dem Sand aus? Naja. Spawn zu langsam, ne? Oder das Respawn. Also despawn einfach nur. Nachher Zeit. Das kann halt auch sein. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Weg damit. Raus aus der Leiste. Raus damit. Aber zu viel in der Leiste drin. Hm. Ja. Das brauchen wir wieder Glas. Na ja. Klar, was das auch immer war eben. Aber wieder in seinem Baum gewachsen. Was war das eigentlich? Ach ja, stimmt ja. Reduziert die Gesundheit von Objekten. Ja, das war ja auch so arsch teuer alles, ne? Mehrheit die kritische Treffer-Chance. Schnellste Auftaum von Fischen. Ja. Müssen wir mal gucken. Oh, guck mal. Zack. Maximal. Zucker und Mehl brauchen wir dafür. Zucker. Wie viel Zucker? Ich hätte das mal so machen müssen, ne? Zweimal Mehl und einmal Zucker. Ich weiß, man kann jetzt auch drauf drücken, was ich gemerkt habe, aber ja. Oder hatten wir das durch irgendwas erlernt jetzt? Ich weiß, ich weiß das nicht mehr. Nee, du machst hier viel zu viel, dass du natürlich nicht alles merkst. Zack. Und dann noch einmal Zucker herstellen. Und Glas können wir auch nochmal so machen. Zack. Äh. Zwei Glas hier noch. Ah. Eins. Und zwei. So. Herstellen. Klopp. Baumeister-Gläs. So. Für die auch immer da waren. Ach. Die Reichweite bestimmter Konstrukte war das. Genau. Wie funktionieren die? Hm. Oder wenn man die hinsetzt. Kann das sein? Na, keine Ahnung. Keinen Schimmer. Äh. Sussi. Machen wir da was von essen. Also, das geht jetzt recht schnell hier, ne? Wir kriegen halt einen seltenen Fisch raus. Was ein bisschen schade ist. Aber naja. Genau. Die kann ich auch alle bauen jetzt. Ah ja, die fehlen fehlten uns, ja. Stimmt ja. Klebrige Angelrote, leichtes Vorhand haben, lockt leichter Fisch im Schätze an und fängt plus 1 zu sich Gegenstand. Honig und Eisenbahn. Joa, kann man gebrauchen, würde ich sagen, ne? Bringt der Honig irgendwelche Effekte oder so? Was ist denn der? Äh. Warte. Du hast drei Minuten zu sich aufs Sammelradius. Okay. Drei Minuten aufs Sammelradius. Wop, wop. Joa, dreiviertel Stunde schon, nice. Wie schnell die Zeit vergeht, ey. Achso, ich brauch gar nicht. Ich hab mehrmals gedrückt, man kann gedrückt halten, alles klar. Gern ja noch ein paar, hierfür nämlich, bauen. Es lohnt sich nach der Zeit halt. Zack. Okay. Fische. Was passiert? Wofür brauchen wir Geräten eigentlich? Ich stelle einfach mal eine her. Kann man... Nee. Material, wofür ist das Material denn da? Hm. Na ja. Na ja, na ja. So. Das ist Laufen. Du wirst mal drüben gucken, wie viel Eisen wir jetzt haben, ne? Ähm. Apropos Eisen können wir noch... Nö, können wir nicht. Und ich werde auch gut hergestellt, das ist sehr schön. Ich bin nötigst. Ich bin nötigst einer Batel. Ich bin nötigst einer Batel. Und wir haben zu wenig Sand. Okay. Boing. 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 Wir haben zu wenig Sand. Na gut. Müssen wir mal ein bisschen Sand sammeln. Haben wir hier noch was? Okay, das ist alles fest. Also... Steht da alles rum. Wir müssen trotzdem mal mal auf die andere Insel rüber. Mal gucken, wie viel Eisen gerade fertig ist. Zack. Zack. Ich glaube, das despaunt auch nach Zeit, oder? Das sieht zumindest so aus. Deswegen lohnen sich die Dinge eigentlich, ja. Wow. Achso, die ist in der Tiefdiense, ne? Und wo haben wir das Ding denn? Da. Was kostet das? 135 Kohle. 45 Ziegel. Und 18 Glühbirnchen. Na klar. Natürlich kostet das Glühbirnchen. Okay. Was? Gale? 50.000 Quilets? Keine Ahnung, was da stand. Einfach zu schnell weg. Dann müssen wir halt erstmal Eisen so fahren. Naja. Naja. Was soll's. Kohle bauen wir halt auch. Hui. Kühe können sterben. Tschüss. Die Rüben können wir auch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn wir drüben eins... unser... anpflanzen. Ob... Das sich halt lohnt, wegen auch Rüben und alles. Naja. Müssen wir mal ausprobieren, ne? Zack. 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 Kohle. Holzfrau und Sose. Für allerlei. Mal mit Härtchen. Dann können wir's töten. Wie gemein eigentlich. Aber ja. Egal. Was soll's. 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 Du 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 du. So. Steine. Ja. Aha. Aha. Wupp. Ja klar. Grasbrisch. Aber egal. Einfach mitnehmen. Infach mitnehmen. Hm. So. Hallo. Und tschüss. was habe ich gemacht schon jetzt gerade mal junge junge gut noch alles mögliche mit kommt ja auch noch dazu guck mal fürs glühämmchen auftauchen weil nicht ganz gut hab dich aber erst mal die biene mitgenommen hallo keine tiere hat man ja gemerkt ich frage mich immer noch wie man diese knappen schriftrolle herkriegt muss man mal schauen naja war nicht viel eisenherz aber war schon bisschen was war nicht viel aber war bisschen was da bin ich auch noch mal gespannt wie man die universalfarbe herstellen kann ja dass wir noch mal ein bisschen eis mitnehmen es wird sich halt lohnen wir wirklich ähm vielleicht mal eine alten spitzacke machen ne würde ich mal so sagen so zack dann einfach die ja mal rein hm fliegt hier nichts durch die gegend naja äh dass die dinge aber so kurz spielig sind ey aber jetzt wissen wir auch dass ich das einfach ausschalte dann wenn man von denen so runter ist schade 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 ich könnte ruhig weiterladen naja äh ok viel fische haben wir jetzt dann können wir vier stück davon herstellen ich wollte noch nen keks herstellen ne machen wir das aber so ein spiegeleier brauchst du mal zwei stück für zwei spiegeleier obwohl du ein spiegeleier mal rauskriegst so ich werde aber mal machen das akzept weg trotzdem einmal kosten hinlegen sehr schön sehr schön honig 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 stimmt ja wenn wir hier wechseln dann macht er das immer noch stimmt 15 glas brauchen wir noch wieviel kriegen wir wir brauchen sowieso glas also dann würde ich ja mal den orp herstellen dann kriegen wir nochmal mehr credits was ich nämlich wirklich lohnt wir haben ja noch neue sachen ne dieser markt dieser markt naja mal frei zum zurücksetzen und dann naja wir kriegen also das daraus verstehe naja dann mhm 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 eins wir haben das 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 magische Zweig Schwarzknochen und ziegel das man das nicht anpacken kann ne na klar hängt direkt ein baum in uns drin Magische Zweige. Können wir da mit herstellen? Naja, Honig. Das ist aber... Das ist das, was ich verballert habe, ich Idiot. Naja. Naja, naja. Was soll's? Passiert. Okay, nochmal. Was brauchen wir dafür? 18 magische Zweige und 2 Schwarzknochen. 2 Stück hiervon. Und zack. Und 18 davon. Kriegt man 3 Stück pro Herstellung. 3, 6. Herstellung. So. Gut, dass ich... Ich glaube, das hatte ich erst gelernt, dass man das halt gedrückt halten kann, dass es schneller geht. Schon ganz gut. Okay, dann. Noch 4 Ziegel. Wir haben nur keinen Sand. Warum haben wir denn keinen Sand? Ach ja, haben wir ja gerade alles verballert, ne? So, wie immer. Äh. Zack. Dum, 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 dum. 4 Stück brauchen wir noch. Okay. Dann gehen wir mal kurz schlafen. Machen wir mal das. Ahem. Dann stehen wir jetzt aber auf. Von denen könnte ich noch welche herstellen, oder? Weil die bringen halt ne Menge. So. 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 Ein Glas haben wir. Die Ziegel. Dann müssen wir uns noch diese Schleime holen. Warum können wir die? Ah, jetzt. Verschießt ein Projektil, das eine Kreatur erzeugt. Okay. Äh. Verschießt drei Projektile mit jeweils acht Basisschaden. Läht bei benutzen nahe Konstruktionen auf. 15 Meter. Aber kostet auch Credits, ne? Kohleflüsterer. Verschießt ein Projektil, das eine Kohlevorkommen erzeugt. Was? Verschießt ein Projektil, das Weizen entstehen lässt. Sobald das Geschoss eine Wand trifft, wirst du an diesen Ort bewegt. Okay. Okay, wir brauchen Eisenbahnen dafür. Magische Zweige. Hm. Klingt interessant. Wir brauchen ein Projektil, das ist ein Projektil, das ist ein Projektil, das ist ein Projektil. Wir brauchen ein Projektil, das ist ein Projektil, das ist ein Projektil.